Moin liebe TT-Twinis und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist der Markus Grote. Hi, Fabian Grote hier. Jojo und zusammen sind wir... Twinstalk Table Tennis. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge in diesem Jahr. Wir hoffen, es geht euch gut. Fabi, du klingst ein bisschen so, als ob du einen Frosch im Hals hast. Ist alles okay bei dir? Ja, geht schon wieder. Ich habe mich beim Trinken verschluckt. Also so ein richtig peinlicher Verschlucker. Und das wirkt noch ein bisschen nach. Ich bin aber, glaube ich, fast über dem Berg. Ja, gut, ich würde sagen, wir ziehen es jetzt aber weiter durch. Ja, klar. Ja, aber sonst geht es dir gut? Doch, kann nicht klagen. Also, ich hatte heute einen Tag im Homeoffice. Was relativ selten ist. Und dann freue ich mich immer drauf, im Homeoffice zu arbeiten. Ja, aber aktuell haben wir eine Baustelle vor dem Haus. Und die Bauarbeiter freuen sich auch zu arbeiten. Und das war für mich dann immer schwierig. Weil, ja, zum einen mit Fenster zu arbeiten ging es von der Lautstärke. Hat man trotzdem ein bisschen gehört. Aber da konnte ich mich natürlich besser konzentrieren. Aber nach ein, zwei Stunden ist der Sauerstoffgehalt im Raum recht niedrig. Und dann musste ich irgendwann ein Fenster aufmachen. Entweder Stoß lüften oder auf Kipp. Und in dem Moment haben sie nochmal einen Gang zugelegt. Haben sie nochmal die Lautstärke erhöht. Weiß ich auch gar nicht, ob das immer notwendig war. Oder ob die gesehen haben, das Fenster bietet wieder eine Gelegenheit. Ich sag mal so, ich hatte schon bessere Tage im Homeoffice. Und ich bin froh, dass ich Montag bis Donnerstag weg war. Im Büro. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Tatsächlich hatten wir ja eine Viko vorhin. Wir arbeiten ja zusammen, wie vielleicht schon manche auch aus dem Tischtennis-Podcast wissen. Und da fand ich auch, dass die Baustelle extrem störend war im Hintergrund. Ja, mal sehen, wie lange das noch weitergeht. War ja die letzten zwei Jahre immer mal wieder. Aber gut, Markus. Die allermeisten von den TT-Twinis interessieren sich nicht nur für Baustellen-Stories. und unseren Alltag, sondern auch für alles rund ums Thema Tischtennis. Und da gab es, glaube ich, zwei spannende Ereignisse. Schwierig zu sagen, welches da mehr zu gewichten ist. Entweder das TTBL-Spiel. Da könnte man meinen, okay, sportlich gesehen war das Leistungsniveau höher. Auf der anderen Seite gab es das Spiel in der Verwandsliga 5 zwischen uns und Bärbroich. Sportlich gesehen vielleicht, gut, das müssen andere beurteilen, aber vielleicht nicht das Niveau, was Düsseldorf und Beck-Neustadt erreicht haben. Aber ein bisschen seltener, denn es war das einzige Spiel, was in der Verwandsliga 5 stattgefunden hat. Absolut. Also das ist ja jetzt bei uns so. Ich glaube, wir haben auch die meisten Hörer und HörerInnen aus dem WDTV. Aber falls wir ja wieder ein paar aus China erreichen oder aus Frankreich. Also bei uns im Westdeutschen Tischtennisverband ist es so, dass Spiele nur dann stattfinden, wenn beide Mannschaften zustimmen. Und witzigerweise habe ich gesehen, wer hat das Spiel dann von 18.30 auf 18.31 verlegt. Was meinst du damit, wer hat verlegt? Wer macht das? Also du bist ja Mannschaftsführer. Du hast ja mit dem anderen Mannschaftsführer von Bärbroich ausgemacht, dass das Spiel stattfindet. Und ich gehe einfach mal davon aus, ihr habt dem Spielleiter Bescheid gegeben und der hat dann symbolisch die Uhrzeit auf 18.31 geändert, damit alle wissen, das Spiel findet statt, oder? Also, erstens, Spielleiterin, willkommen im Jahr 2022. Wie heißt die denn? Christiane Vornefeld, kann man bei klick.tt auch relativ einfach herausfinden. Und die Staffelleiterin, die stimmt natürlich zu bei einer Spielverlegung. In dem Rundschreiben gab es aber den Wunsch, dass man, wenn man zu derselben Zeit spielen will, nicht einfach eine E-Mail schreibt, jo, passt, sondern dass man bei klick.tt eine Spielverlegung einreicht und da die Startzeit um eine Minute nach hinten verlegt und dann reinschreibt, im Einverständnis beider Mannschaften kann die Partie stattfinden. Das heißt nicht, dass die wirklich um 18.31 starten soll, sondern dass für alle ersichtlich ist, die da gucken, ah, okay, das Spiel ist tatsächlich verlegt worden, deswegen steht da 31. Ja, Fabi, ich sag mal so, im Grunde genommen meinte ich das ja auch so. Ja, ich sag mal so, ich hab's bewusst eingetragen, 31, weil ich mir die Dokumente manchmal durchlese, die rumgeschickt werden. Aber gut, ich bin ja auch Mannschaftsführer und du hast genug mit deinem YouTube-Kanal zu tun. Ja, da denke ich auch. Und hier beim Podcast mache ich ja auch alles alleine. Nee, Spaß. Kein Kommentar. Da teilen wir uns schon ganz gut auf. Danke für die Klarstellung. Und hier redest du mit dir selbst. Das muss ich jetzt an der Stelle öffentlich machen. Ja, da hab ich immer frei. Ja. Da wir ähnliche Stimmen haben, fällt's auch niemanden auf. Eben. Und manchmal unterbrichst du dich auch selber, um's authentisch zu machen. Absolut. Können wir ja mal auch wieder um eine Bezugnahme bitten, ob die TG-Twinys immer wissen, wer gerade spricht, oder ob's da wirklich mal so durcheinander kommt. Ja, ja. Das würde mich auch interessieren. Ja, komm, jetzt steigen wir mal ein. Was sagst du denn jetzt zu der Partie, also zu der sportlich hochwertigen Partie in der Verbandsjäger 5? Ja, also zunächst mal fand ich's auch richtig cool, dass das gespielt werden konnte. Also danke hier an TGC Bärbrüch, dass die genauso motiviert waren wie wir. Die sind dann auch komplett angetreten. Oh ja. Also das zeigt auch mal wieder, dass jeder Bock hatte und ja, einfach froh war, ich sag mal, in Zeiten von Corona mal Tischtennis zu spielen. Ja. Und das Ergebnis war viel zu hoch. Wir haben dann 9-1 gewonnen, aber es gab ja mehrere Spiele im fünften Satz. Sechs Stück, meine ich. Zeh mal gerade. 3, 4, 5, ja, sechs Stück. Und davon haben wir fünf gewonnen. Also es hätte auch durchaus knapper werden können. Ja, und ich finde die Mannschaft sympathisch. War einfach cool, wieder Tischtennis zu spielen. Und vom Niveau her war es, denke ich mal so, dass wir alle jetzt nach der langen Winterpause und dem guten Essen nicht in Bestform waren. Aber darum ging's ja auch nicht. Es ging einfach darum, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen Sport zu machen. Und Spaß hat's gemacht. Ja, ich fand auch, es war eine ganz besondere Atmosphäre, ne? Ja. Also es fing, es fing ja schon damit an, dass wir so früh bei einem Auswärtsspiel waren, wie, glaube ich, in der Hinrunde kein einziges Mal. Also unsere Faustformel ist immer ungefähr so fahren, dass man eine Stunde vorher da ist. Ne, das ist so in der Verbandsliga, glaube ich, so halb üblich. Ich glaube, es geht so ab NRW-Liga, aller spätestens ab Oberliga geht's los. Ab Oberliga ist ja vieles professioneller, dann ist ein Schiedsrichter da, dann bist du, glaube ich, mindestens eine Stunde vorher da. Vielleicht auch gerne mal eine Stunde 15 oder so. Und manche sind ja auch schon anderthalb Stunden vorher da. Stunde 15 war, Fabi, Stunde 15 war oft bei Kriftel. Genau. Bei Auswärtsspielen. So, Fakt ist, wir waren in der Verbandsliga. Ganz kurz, bei Heimspielen war da eine halbe Stunde vorher da sein. Genau. Macht ja auch Sinn, wenn man nichts zu tun hat. Ne, Markus, wenn ich ausreden darf. Du darfst, leg los. Dankeschön. Also in der Hinrunde haben wir es ja nie geschafft. Also zumindest wir beide in Person nicht eine Stunde vorher da zu sein. Wobei im letzten Auswärtsspiel gegen Oberdrehs zwei, da waren wir, glaube ich, relativ gut im Zeitplan. Ja, klar. Ich würde auch sagen, wir waren eigentlich nur ein, zwei Mal nicht gut im Zeitplan, sonst immer. Ja gut, wir hatten ja jetzt auch vielleicht fünf oder sechs Auswärtsspiele. Da war ich ja bei einem gar nicht dabei. Naja, auf jeden Fall fand ich es für uns sehr besonders, dass wir Stunde zehn vorher da waren. Also 18.31 Uhr ging es los und wir waren dann um 17.20 Uhr, glaube ich, in der Halle. Und es war schon alles aufgebaut. Und also vier Tische zum Einspielen, also pro Team zwei. Und ich glaube, die ersten von uns waren auch um 25 nach am Tisch. Also über eine Stunde Zeit zum Einspielen und die Atmosphäre war einfach pure Freude, würde ich sagen, dass man spielen darf. Alle waren gut drauf, trotz 2G plus und Maske tragen, wenn man nicht gespielt hat. War alles egal, hat richtig Bock gemacht. Und ja, selbstverständlich waren auch alle vor und nach dem Spiel der Meinung, dass es cool wäre, wenn die Rückrunde stattfindet. Natürlich haben wir auch alle gesagt, okay, das müssen andere entscheiden, die dann ein bisschen mehr mit Wissenschaft auf die Situation gucken, aber von der Motivation her hat von uns keiner gesagt, komm, Rückrunde ausfallen lassen, wir alle wollen mehr Freizeit haben, sondern wir alle hatten Bock auf Spielen, ne? Ja, na klar, also allein schon einfach als Ausgleich zum Alltag ist Zwischen ist ja wirklich ja, feine Sache und für uns ist das ja so, wir spielen jetzt glaube ich seit 20 Jahren immer durchgehend in der Saison, das ist ja ganz ungewohnt, dass wir letztes Jahr Maus gesetzt haben. Mhm, das stimmt. Ja gut, ich hatte ja ein paar Ausreißer, einmal verletzungsbedingt, dann ein halbes Jahr, wo ich in Schweden war, aber sonst war ich schon recht konstant dabei. Ja, Markus, sonst gibt es glaube ich nicht so viel über die Partie zu sagen, es hat allen richtig Spaß gemacht, war eine Menge Kampf dabei, gerade die Fünfsatzspiele und war auch einfach sportlich eine sehr interessante Partie, weil es wie gesagt in sechs Begegnungen so ausgeglichen und spannend war, dass ein fünfter Satz benötigt wurde. Ja, und am Ende waren wir einfach heilfroh, dass nicht jeder von uns einen zweiten Durchgang spielen musste, denn dann kann es auch schnell mal zum Abschlussdoppel kommen. Und also, wenn ich für mich sprechen darf, ich war körperlich ja noch nicht so in der Verfassung, dass ich ohne Probleme noch ein zweites Einzel- und Abschlussdoppel spielen kann, zumindest nicht mit voller Körperspannung auf hohem Niveau. Ja, ich musste ja als Einziger noch ein zweites Einzel spielen, aber... Ja gut, das ist auch nicht ganz richtig. Dein zweites Einzel hat noch gezählt, aber Freddy war auch schon fällig und... Ja, das stimmt. Ja, danach wären Justas und ich dran gewesen. Gut, Fabi, das... Ein letzter Satz. Ja? Auffällig ist, dass der selbe Spieler, der in der Hinrunde gefehlt hat, auch in der Rückrunde nicht antreten konnte, nämlich unser Michi. Der hält aus dem Spitzenspiel. Das ist so. Aber gut, er wurde erneut würdig ersetzt. In der Hinrunde war es unser Thomas Becher in der Rückrunde, unser Leon Werkshage, der es sich nicht hat nehmen lassen, wenn er schon Verwandtssicher aushilft, sowohl im Doppel, ich glaube sogar Zweierdoppel mit dem Freddy, hat er sich fünf Sätze lang beobachten lassen und im Einzel auch. Also da wollte er es nochmal wissen und kam dann insgesamt auf zehn Sätze, hat er wieder das Maximum rausgeholt. Jo, und hat beides dann auch, glaube ich, mit zwei Bällen nur gewonnen. Ja, wir können es ja namentlich sagen, bei 9-1 hat ja nur einer gepatzt und das war unser Freddy. So, okay. Gut, Fabi, ich würde sagen, das ist so viel zum Thema Verbandsliga und jetzt kommen wir mal auf die Sensation zu sprechen, nämlich auf Bundesliga. Da hatten wir wieder die Ehre, für unseren Heimatverein kommentieren zu dürfen und den Live-Chat anzubieten und das war jetzt am Samstag, quasi letzten Sonntag war das Spiel und Samstag kommt hier die Folge raus, also dann vor sechs Tagen und wir haben ja schon ein bisschen in der ersten Folge in diesem Jahr gewitzelt, dass Düsseldorf ja noch ungeschlagen ist und statistisch gesehen irgendwann mal Zeit wird, dass die patzen. Das ist so. Und ja, dann hatten wir tatsächlich Glück, dass sie nicht in Bestbesetzung angereist sind. Ja, genau, also kann man jetzt überstreiten, was Bestbesetzung konkret bei Düsseldorf heißt, ich denke, dass die zwei von drei Spielern hatten, die absolutes TTBL-Niveau haben, aber dass ein Dritter gefehlt hat, das ist unbestritten und dass das ganze Spiel dann anders laufen kann, das ist auch unbestritten. Ja, also die Aufstellung war an 1 Christian Karlsson, der auf jeden Fall in vielen Vereinen auch völlig zu Recht Spitzenspieler wäre, in Düsseldorf gibt es mit Timo Woll und Anton Schellberg zwei Spieler, die aktuell vor ihm gelistet sind und das auch nicht zu Unrecht. Ja, aber trotzdem eine vernünftige Position 1. An Position 2 dann der Danny Heister, der Trainer. Gut, das sicherlich ein Spieler, der früher das Niveau hatte, aber aktuell auf TTWL-Niveau nicht so richtig mithalten kann. Hat gegen Quadri Aruna ja auch schon spielen müssen in der Hinrunde und bei KlickTT hatte ich gesehen, dass das Ergebnis ziemlich klar war. Hab das Spiel nicht gesehen, aber waren glaube ich keine elf Punkte in drei Sätzen. aber gegen Benedou hat er noch mitgehalten, kommen wir gleich drauf, aber Position 3 in Dang Shu, also das ist natürlich absolutes Spitzenniveau und an Brett 3 kaum zu überbieten. Also insgesamt eine durchwachsende Truppe, auf jeden Fall Ersatzgeschwächt, trotzdem hatte ich als Kommentator gesagt, das könnte eine enge Kiste werden und hab gedacht, es geht ins Abschlussdoppel, was ja auch total plausibel ist, denn normal läuft so, Christian Karlsson holt mindestens ein Einzel, tendenziell eher gegen den Zweier, aber auch gegen Benedou, da steht der glaube ich positiv und Dang Schuh holt ziemlich sicher sein Einzel an drei und dann haben die zwei oder drei Punkte, also entweder sind sie schon durch oder es gibt einen Abschlussdoppel, das war meine Kalkulation, also definitiv keine einfache Aufgabe für Beck Neustadt, aber wenn anstatt Danny Heißer ein Timo Boll oder ein Anton Schellberg steht, dann wird es schnell wieder zu einer Aufgabe der Unmöglichkeit, Ja Markus, jetzt würde ich das Wort nochmal an dich übergeben. Dankeschön, das war eine ziemlich ausführliche Vorstellung, wir haben ja mal wieder unsere Geheimwaffe aufgeboten, den Alberto Migno und der hat tatsächlich den Christian Karlsson geknackt nach einer kämpferisch sehr starken Leistung, aber natürlich auch spielerisch, er lag schon 2-1 zurück, hatte dann Pech im dritten Satz, bei 1-1, den hat er in der Verlängerung verloren, aber dann als er 1-2-1 hinten lag, hat er nochmal aufgedreht und dann im fünften zu sieben gewonnen, also das war wirklich eine Sensation und der Bende hatte sich wirklich gegen Danny Heißer im ersten Satz schwer getan, auch einen Satzball abwehren müssen, dann aber 13-11 gewonnen und dann im zweiten Satz hat Danny Heißer überrollt, aber man muss noch sagen, dann hat Danny Heißer auch ein paar Aufläge abgezählt bekommen und war dann auch ein bisschen sauer darüber und hat dann auch glaube ich nicht mehr 100% gespielt, das kann man so sagen. Ja, also war dann so gesehen auch keine schöne und sehenswerte Partie mal ab dem zweiten Satz, aber der erste Satz, der hat wirklich was geboten und da konnte man auch erkennen, wenn man Danny Heißer mitspielen lässt, dann ist er noch sehr gefährlich, gerade mit seinem Vorhand gegen Topspin, da hat er öfter mal eingetütet und oft auch dann diagonal so weit in die weite Vorhand von unserem Benne, dass der oftmals gar nicht mehr am Ball war, aber wie du selber gesagt hast, zweiter und dritter Satz, da hat Benne noch ein bisschen kompromissloser gespielt und das waren dann recht klare Angelegenheiten Ja, worüber sollen wir als nächstes reden? Einfach ganz chronologisch dann die dritte Partie? Ja, genau, nicht zu ausführlich, da hat unser war Robles gegen Dung Schuh gespielt, im Hinspiel hat er sogar gewonnen, hat ihm die einzige Niederlage beigefügt, aber diesmal ist er mit 0-3 rausgegangen, erst in meinen Sätze 8-11, da war ein bisschen mehr drin und dann im dritten Satz war deutlich mehr drin, hat er glaube ich 10-3 geführt und man hat sich die ganze Zeit gefragt, wann nimmt er denn das Timeout und es kam erst bei 10-9, ich hätte jetzt ja eher bei 10-7 schon genommen, aber er dachte, er verwartete sich für den vierten oder fünften Satz, aber dazu kam es dann nicht. Das stimmt, wobei man fairerweise sagen muss, bei 10-10 war das Spiel ja noch nicht zu Ende, also ist ja ein sehr spannendes Phänomen, ich glaube, das haben wir auch noch nicht so thematisiert, wie ist das psychologisch, wenn man hochführt und der Gegner kommt noch mal ran, also ist glaube ich nochmal ein Unterschied, ob man 9-2 führt oder 10-3, weil 10-3 ist psychologisch halt wirklich, du hast Satzbälle, sieben Stück an der Zahl und wenn der Gegner dann auf 10-10 rankommt, was macht das mit dir? Gut, ich glaube, es gibt noch einen Unterschied, ob du Amateur oder Profi bist, aber auch bei Profis gibt es ja einige, die sich hängen lassen, Alvaro Robles aber nicht, nach sieben Punkten du kannst gerne mal das Ergebnis aufrufen, ich bin mir nicht sicher, ob dann Schuh sogar 11-10 in Führung gegangen ist oder ob Alvaro Robles bei 10-11 oder 10-10 den Punkt gemacht hat. Bei 10-10 hat er den Punkt gemacht. Ja, bei 10-10, das heißt, er hat sich dann doch noch einen weiteren Satzpunkt erkämpft. Den achten Satzball, sieben reichen nicht, ich brauche acht, aber Fakt ist, acht haben auch nicht gereicht und dann ging es glaube ich auch 13-11 für dann Schuh auf, dann hat er nochmal drei Punkte in Folge gemacht. Das war quasi der Anschlusspunkt für Düsseldorf und dann beim Duell der Spitzenspieler hat Benne nach 0-1 dann drei Sätze relativ knapp gewonnen und das Ding dann nach Hause gebracht. Dann haben sie den ungeschlagenen Rekordmeister wirklich geknackt, was natürlich für die Zuschauer riesig war und auch einfach ein perfekter Start in die Rückrunde. Das ist so und wenn man die letzten beiden Spiele der Hinrunde mitzählt, war es der dritte Sieg in Folge und das ist beeindruckend, aber ich hatte aus Spaß nochmal geguckt, was bei Mühlhausen abgeht, denn du erinnerst dich, in der Hinrunde, dritte Spiel, Beck-Neustadt gegen Mühlhausen, Duell der Loser, würde ich sagen, beide standen 0-4 und es war sehr sehr sehenswert, aber klar, weil eine Mannschaft steht danach 0-6 und es war Mühlhausen, ja, ich glaube, das war 0-6 Fabi, ich glaube, die standen beide 0-6 und danach stand Mühlhausen 0-8 ja, das kann ich nochmal nachgucken ich habe gerade Kitzkirche offen danach hat Mühlhausen keine einzige Partie mehr verloren und ja, stehen jetzt entsprechend entweder zu 6 oder zu 8 das sollst du dann doch nochmal nachgucken ja, Moment, ich gehe jetzt gerade auf die Vorrunde und da sieht man ja auch einfach wie eng das in der Liga ist die haben auch sehr oft 3-2 gespielt sie waren sehr oft im Abschlussdoppel und ja, wenn der Knoten einmal platzt dann kann man einen Lauf haben und ja, ich meine die haben 16 Punkte also haben jetzt 8 Spiele in Folge gewonnen und ja, das werden wir uns als leichtparteiische Vereinsmitglieder vom TCC Schwall Berg-Neustadt und Vorstandsmitglieder sogar wir könnten uns das auch gut vorstellen wir würden es uns zumindest wünschen dass Berg-Neustadt jetzt auch so einen Siegeslauf startet weil dann bist du auf einmal noch Vierter ne? Genau ich hab's gerade nachgeguckt also die haben wirklich die ersten vier Spiele verloren und Berg-Neustadt die ersten drei und im vierten Spiel war es ja so beide standen 0-6 und es gab das Abschluss doppelt und das war im fünften Satz also und dann sind die wirklich mit 0-8 gestartet und haben jetzt wie du schon gesagt hast acht Spiele in Folge gewonnen was wirklich außergewöhnlich ist ja und wenn du vier Spiele in Folge verlierst dann musst du halt auch irgendwann anfangen ist meine Meinung ja klar aber waren auch einige Spiele 3-2 bei und das kann halt immer so oder so ausgehen ja aber jetzt ist Berg-Neustadt glaube ich ganz gut im Mittelfeld angekommen und wenn die jetzt noch ein zwei Spiele gewinnen dann sollte auch das Abstiegsgespenst vorüber sein ja soll man noch kurz auf die nächsten beiden Partien eingehen ja klar ja hast du sie auf dem Schirm oder soll ich sie kurz nennen ähm ja wir müssen dazu sagen das Spiel gegen Bad Homburg wurde ja verschoben das wäre eigentlich nächsten Dienstag gewesen ähm und also das nächste Heimspiel und das nächste Auswärtsspiel ist das Bad Königshofen ja ist jetzt am Sonntag also wenn die Folge rauskommt morgen ja genau ist am Sonntag gegen und ein Spiel was absolut auf Augenhöhe ist gegen Bad Homburg auch also das sind zwei Spiele die total offen sind wo wir zumindestens aus meiner Sicht nicht als klare Außenseite anreisen wie gegen Saarbrücken oder Düsseldorf ähm gut wir haben uns gegen Grenzau schwer getan äh also es auch Beckneustadt ist eine Phasenmannschaft ähm aber wenn man jetzt mal träumen darf also wenn du da vier Punkte drauf haust dann kannst du wirklich noch mal träumen von vierten Platz am Ende du kannst auch direkt sechs Punkte drauf haben weil dann spielt Grenz Spiele gegen Grenzau danach ähm was das kann nicht sein oder Wotter ist alles jetzt so komisch verlegt weil Grenzau war doch das letzte Spiel der Hinrunde ich dachte dass das einigermaßen chronologisch ist ne ne 30.1 aber Fabi wir wir verrennen uns hier wieder so ein bisschen jetzt im TDBL Talk ähm wollten ja eine kurze knackige Folge machen als durchsprechen kurz kurz noch der Hinweis äh Glückwunsch an Saarbrücken dass die wirklich Düsseldorf geknackt haben ähm und Düsseldorf hat gegen die mit Schellberg gespielt also da waren die nochmal eine gute Schippe besser als gegen Bergneustadt ähm aber Mann des Spiels Patrick Franziska und damit haben wir auch eine gute Überleitung weil Patrick Franziska hat jetzt auch das WTT Turnier in Düsseldorf gewonnen gegen ein Spieler aus Mühlhausen gegen Ovidio Ionesco im Finale souverän mit 4 zu 0 und das habe ich mir tatsächlich reingezogen also der Franziska ist aktuell wirklich in Topform wobei er schon ein paar schwierige Gegner hatte ne ja Halbfinale habe ich mir auch angeguckt und da hatten wir dann ein ganz junges Talent aus Frankreich den müssen wir reden über Alexis Lebrun und seinen Bruder also Felix Felix Lebrun genau der Felix ich persönlich liebe ja das Doppel ja also ich will nicht sagen dass ich Doppel noch mehr lieber als Einzel also jetzt so zum Angucken und Allgemein will ich das nicht sagen zum Selberspielen würde ich schon so weit gehen also ich freue mich fast schon mehr aufs Anfangs Doppel als auf meine beiden Einzel und dementsprechend wenn man Doppel gerne guckt dann macht es eine riesen Freude die beiden Brüder an der Platte zu erleben und auch wenn es jetzt nur über den Livestream war ja du hast reingeguckt ne was 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 weißt du zu berichten ich hab dir gar nicht zugehört weil ich nochmal mir die Ergebnisse angeguckt hab warst du jetzt übers Doppel oder übers Einzel alles gut ich beantworte die Frage selber ich hab auch kurz reingeguckt und die beiden Brüder Lebrun oder Lebrun wer weiß das schon so genau die hatten eine unfassbar positive Körpersprache haben sich gegenseitig sehr oft abgeschlagen also fast nach jedem Punkt egal ob Punkt für sie oder Punkt für die Gegner selbst wenn da einfach einfache Bälle verzogen worden es gab immer die Hand die waren immer positiv haben immer an sich geglaubt und den Vize-Weltmeister von 2019 also Vize-Weltmeister Doppel 18 meinst du glaub schon ich bin ja gerade nicht so sicher auf jeden Fall Alvaro Robles und Ovidio Ionescu haben sie geknackt und ja also das finde ich sehr beeindruckend und dem Einzel war der Alexis der Ältere ich glaube die sind 18 und 16 aber weiß nicht ganz genau auf jeden Fall der 18-Jährige hat gegen Patrick Franziska ein 2-2 erstmal geschafft und ja dann muss er die nächsten beiden Sätze wieder an Franziska abgeben aber muss man auch erstmal schaffen oder ja und der lag im fünften Satz 8-4 hinten und ist auf 8-8 herangekommen also hatte 2-2 8-8 gegen Patrick Franziska und das das ist wirklich stark und im letzten Satz stand es auch bis 7-8 war es auch ausgeglichen da hätte er durchaus auch nochmal sich den Satz schnappen können und den hat Franziska dann glaube ich auch 11-8 gewonnen aber hat sich auf jeden Fall deutlich besser geschlagen als UNESCO im Finale genau und der kleine Bruder der Alexis nee der Felix ist der kleine der musste gegen UNESCO antreten ich weiß nicht welche Runde ich glaube eher Vettelfinale Halbfinale war glaube ich der Robles gegen UNESCO Fakt ist der UNESCO musste über 7 Sätze gehen jo der musste glaube ich sogar ein oder zwei Matchbälle abwehren gegen Felix Lebron also das war schon krass das ist wirklich krass und ja also die beiden sollte man definitiv näher verfolgen die werden die nächsten Jahre noch von sich reden machen also machen sie aktuell schon und ja also ich finde es einfach richtig cool erstmal allgemein junge Sportler zu sehen wie die sich entwickeln und wie die bei den Erwachsenen so richtig gestandene Topathleten aufmischen wo ich definitiv Ionesco Robles Franziska sowieso solche Kaliber zuzähle und da halten die einfach mit und dem Doppel gewinnen sie sogar also das ist ganz fantastisch und wenn da noch zwei verwandt sind zwei Brüder die zusammen doppelt spielen und sich da abklatschen und einfach eine coole Zeit haben dann macht mir das einfach sehr viel Freude also ihr könnt gerne mal Bezug nehmen ob ihr die beiden auch verfolgt habt vielleicht sogar schon länger wir haben die noch nicht so lange auf dem Schirm aber sind uns sicher dass gerade durch das Turnier jetzt sehr viele die Namen gehört haben oder sonst bei den nächsten großen Turnieren die Namen kennenlernen werden ja Markus was was hast du sonst noch über den Feeder zu berichten ja im Prinzip hast du das wichtigste gesagt ich habe jetzt auch leider nicht mehr die Seite gefunden mit den Ergebnissen ich weiß nicht ob du die gefunden hast hast ich hier nicht einen Link geschickt ja aber über einen anderen Browser also den habe ich jetzt hier nicht auf dem Laptop alles gut interessanterweise gibt es ja jetzt auch das FIDA Turnier in Makao und weißt du welche Namen man da so lesen kann nee aber ich glaube du verratst es uns jetzt ja also da habe ich Namen gelesen wo ich mir nicht sicher bin wie bekannt die sind muss jeder selbst beurteilen ich Zendong das sind so zwei Namen die man da liest das ist schon richtig heftig oder ja schon ein krasses Niveau und der Malong der schlägt da auch noch auf ja also man kann wirklich festhalten die FIDA Turniere die in China stattfinden haben logischerweise die stärkste Besetzung weil da sehr viele Chinesen dran teilnehmen und Samstag also heute wo die Folge rauskommt gibt es da schon sehr sehr spannende Begegnungen aber von der Bekanntheit würde ich sagen die Spieler also Samstag ist Vettelfinale die Spieler die dann im Halbfinale aufeinandertreffen da kann ich jetzt noch keinen Termin finden aber ich schätze mal einfach Sonntag ja dann hast du auf der einen Seite Fan Zendong der vermutlich gegen einen Lin Goyang spielt und auf der anderen Seite vom Halbfinale schätze ich jetzt mal ich kann nicht mit jedem Namen was anfangen aber alle sind richtig stark aber ich schätze mal dass es doch Shushin und Malong werden die sich dadurch setzen und gut dann kann es sein dass es nochmal das olympische finale Malong gegen Fan Zendong gibt da bin ich mal gespannt ob der Malong wirklich nochmal den Fan Zendong knackt oder ob er diesmal ja auch vor der Stärke von Fan Zendong den Hut ziehen muss und verliert ich würde es euch Fan Zendong mal gönnen nachdem er schon bei olympia verloren hat dass er zumindest da gewinnt absolut auf der anderen seite ist Fan Zendong ja noch ein paar jährchen jünger ich schätze mal so 24 25 und Malong ist so 32 meine ich also die Ablöse wird ja sowieso die nächsten jahre kommen also ich gönne es auch mal Malong sich noch einen Titel zu schnappen wobei auf dem Niveau entscheidet Tagesform ja ich bin sehr gespannt ich habe das tatsächlich gestern zufällig gesehen als ich mich über Düsseldorf informiert habe das ist da in Makao oder Makao ich weiß nicht genau wie man es ausspricht habe ich dann nochmal gegoogelt dass das in China ist weil ich mir schon gedacht habe krass warum spielen da die ganzen Stars mit aber gut in den aktuellen Zeiten nach Düsseldorf anzureisen wenn ein Turnier in China stattfindet zeitgleich das ist nicht so sinnvoll ne ne aber apropos so spontan hast du das bemerkt ich habe gestern ja das finale Doppel geguckt wie du ja schon gesagt hast war klasse Teamleistung von Gebrüder Lebrun gefallen mir auch richtig gut und da ist mir auch aufgefallen dass Robles und UNESCO sich bei einfachen Fehlern nicht jedes Mal abschlagen und eher nach guten Punkten und ja das da wirkt es auf jeden Fall so als ob die Lebrun Brüder motivierter waren und heißer auf den Titel deswegen stimme ich dir da noch zu dass wenn man denen den Sieg einfach mehr gegönnt hat weil die einfach heiß wie Frittenfett waren heiß wie Frittenfett waren so nämlich so aber was ich noch sagen wollte ist dann danach lief ja das Damenfinale und da bin ich einfach mal drangeblieben aber ganz kurz bevor wir jetzt auf die Damenwelt eingehen noch ein letztes Duell was ich sehr überraschend fand es geht mal wieder um die Personale Lebrun diesmal konkret um den Alexis den älteren der hat unseren TTBL-Star Dangshu den hat er sich mal vorgenommen oder boah das hat mich auch überrascht der Dangshu ja auch in überragender Form da hätte ich gedacht okay so Dangshu ist da schon noch der Favorit aber den hat sich Alexis wirklich geschnappt ja also 4-1 ich rufe mir das gerade nochmal eben auf und klar er gewinnt dann also die ersten zwei Sätze sogar relativ klar 11-8 11-7 dann geht es einmal in die Verlängerung 14-12 dann also 3-0 schon geführt dann verliert er 10-12 und dann gewinnt er 11-9 also am Ende war es sicherlich knapp aber trotzdem mit 18 Jahren dann Schuh zu schlagen ja da muss man glaube ich nicht viel zu sagen aber jetzt zurück an die Frauen so an die Frauen tatsächlich kannte ich die beiden nicht die im Finale waren das war Amelie Solja von Österreich und die Elisabeth Abramian aus Russia und da war ich echt überrascht als ich mir das Spielsystem von der Amelie Solja mal angeguckt habe die ist ja ich weiß nicht ob es Anti ist oder oder eine Noppe ohne Schwamm mit der man dann am Tisch die ganze Zeit gegen geht aber die hat ja wirklich ein sehr naja wie soll ich das schön formulieren also die die hat ja so ein typisches Spiel am Tisch mit mit ihrem Noppen oder Anti-Belag da abzustechen und gegen zu schießen und mit der Vorhand gegen zu schießen das finde ich jetzt nicht so attraktiv zum Anschauen und ich bin ja selbst Noppenspieler aber finde halt Abwehr von hinten am Tisch schon irgendwie cooler anzusehen als wenn der eine vorne am Tisch die ganze Zeit absticht und reinprügelt aber ich dachte die geht am Anfang voll unter die lag hoch zurück im ersten Satz holt sich den dann auch den zweiten führt dann nachher auch 3-1 wo ich mir dachte krass dass man mit so einem Spielsystem einen WTT Turnier gewinnen kann aber dann hat sich die junge Russin die ist glaube ich auch auch vielleicht 18 oder so hat sich dann nochmal ein Herz gefasst und 4-3 gewonnen fand ich dann auch hat mich für sie gefreut und hab dann mal so ein bisschen geguckt wen hatten die Amelie Sollier da auf dem Weg ins Finale als rausgehauen und hat unter anderem auch gegen Madame Schellberg geworden 4-1 im Halbfinale also die die Tochter vom Anton ne die Schwester ja war mir Spaß Spessle muss sein und finde ich wie gesagt wirklich beeindruckt dass man mit so einem Spielsystem wenn man am Tisch da so ein bisschen absticht und auf Schubfbälle dann so einen aggressiven Konter Schussball macht und damit der Freund immer so Gegenschieß Gegenzieht dass man damit dann nur so erfolgreich spielt also wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf fällt dir bei den Herren jemand ein ja gut der sticht am Tisch nicht vorne ab aber schießt mit vorn viel genau unser Matthias Falk und mit Rückhand gut geht der eigentlich auch gegen also eigentlich mit beiden Seiten volle Kanone gegen ist aber eine kurze Noppe ich glaube schon aber der ich sag mal der hat auch noch eine sportliche Figur die Amelie soll ja der will ich jetzt nicht zu nahe treten aber die ist jetzt nicht nicht so dass sie beim 100 Meter Sprint vorne dabei ist und die bewegt sich schon gut ist schon fit auf den Beinen aber teilweise steht die da wirklich nur rum und dann wird geschupft und wenn gezogen wird stehe ich die ab und dann kontert die wieder auf den Schussball und schießt da mit der Vorhand also die die schafft es da ohne sich richtig krass viel zu bewegen da einfach am Tisch ein bisschen ein bisschen zu performen und die Punkte zu machen und Matthias Falk kann ja auch mal dann aus der Halbdistanz noch gut spielen der kann eigentlich alles ja doch so ein Topspin das stimmt der ist da schon gut aufgestellt aber auf jeden Fall Kompliment an Amelie Solde dass sie da so ein krasses Turnier gespielt hat und ja abgesehen davon dass es für mich jetzt nicht das attraktivste Spiel ist so am Tisch mit Material ist es trotzdem einfach richtig beeindruckend wie sie das beherrscht also dass sie da dann auf diesem Niveau so mithalten kann das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht na spannend werde ich werde ich mir auch mal angucken ein Spiel von ihr würde mich auch interessieren wie es dann ja wie sie da konkret die Punkte macht aber da kannst du vielleicht sogar ein zwei Sätze noch zu sagen also was was ist so ihr bester oder gefährlichster Ball ja wo sie die meisten Punkte dann erzielt oder geht es einfach nur über längere Ballwechsel und warten bis ein Fehler passiert ne sie sie zwingt schon die Fehler also ihr bester sie hat zwei sehr starke Bälle zum einen wenn man auf ihre Noppe zieht dann ist sie am Tisch und entweder sticht sie ab oder wenn es nur ein langsamer Topspin ist dann kontert sie sogar gegen und dann wenn man ihr in die Rückhand schupft dann hat sie eine sehr sehr gute Platzierung also dann macht sie so einen Konter oder einen Schuss meistens auf Ellenbogen und den spielen viele dann entweder nur sicher rein oder versuchen zu riskieren und machen dann leichten Fehler und wenn die nur sicher reinspielen dann umläuft sie und knallt auch mal die Vorhand durch oder schießt dann mit der Noppe noch am Tisch weiter nach also sie ist schon eher eine offensive Spielerin als eine passive Spielerin nur wenn man dann in die Rückhand zieht sticht sie ab aber ansonsten zwingt sie auch die Gegner zu Fehlern und in den langen Ballwechseln war sie auch erstaunlich gut also auch sehr sicher ja okay weil auch ab einem gewissen Niveau musst du ja eine Waffe haben und musst offensiv spielen haben wir ja schon mal drüber geredet also den einzigen Spieler der wirklich fast ausschließlich in der Defensive seine Punkte macht auf einem extrem hohen Niveau früher ist ja Chattinini ansonsten also zumindest jetzt so in den letzten 20 Jahren den ich mitbekommen habe alle anderen Abwehrspieler auf dem Niveau hatten auch immer einen extrem starken Angriff gerade mit der Vorhand hatten die die Taktik also wenn sie anziehen dann meistens fester auf den Körper also da gab es in der Regel nur den einen Topspin und ohne Chattinini zu nahe treten zu wollen er hatte jetzt nicht so den gefährlichen Endschlag mit der Vorhand sondern ging oft über die langen Ballwechsel was glaube ich aber heute auch nicht mehr so möglich wäre oder? Ja glaube ich auch nicht aber einer das ist glaube ich schon mehr als 20 Jahre her der Eberhard Schöler fällt mir ein dass der auch fast ohne Angriff ausgekommen ist der hatte ja dann noch zwei gleichfarbige Belege und dann immer schön gewechselt und variiert mit Unterschnitt das ist ja mit einer der bekanntesten Abwehrspieler von früher ich meine dass der auch nicht viel angegriffen hat okay aber wie gesagt ich habe mich jetzt auf die letzten 20 Jahre bezogen und so Top 100 der Welt oh Fabi der war bestimmt damals damals in der Weltspitze aktiv aber ja nicht in letzter Zeit das stimmt schon ja spannend also zumindest bei den Herren kenne ich jetzt sehr sehr wenig Spieler die mit Material spielen und keinen der wirklich passiv damit spielt wer ist der passivste Spieler unter den Top 100 der Herren aktuell Markus was würdest du sagen gute Frage gerne Bezug nehmen können wir ja mal weitergeben weil schafft man es wirklich im Jahr 2022 oder von mir aus der letzten 5 Jahre ab 2000 oder sagen wir mal ab 2015 in den letzten 7 Jahren gab es dann nochmal einen auffallend defensiven Spieler unter den Top 100 das würde mich nämlich überraschen also am ehesten noch so jemand wie Joe Sejuk aber der greift natürlich auch richtig richtig gut an aber der hat zumindest auch oft mal vorhand abgewährt so die 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 jetzt Ruben Philos Panagiotis Wang Xi das sind ja Spieler die die ziehen ja vorhand gegen und werden kaum noch ab oder auch Chen Baixing ja ja also hier Wang Xi gab es doch mal beste Ball Wechsel der Woche ich weiß nicht ob er gewählt wurde aber war in der Auswahl wo unser Ben in Duda gegen den zieht und auch auf dem Körper ein paar Mal ziemlich tödlich und da waren Wang Xi auf einmal mit Vor- und Abwehr doch noch ziemlich flink ne ja absolut also der kann das auch noch aber er macht sehr selten und überzeugt ja auch er durch seinen Vor- und Topspin eben also was mich dann konkret interessieren würde bei diesen Spielern die als defensiv vielleicht durch Bezugnahmen an uns reingetreten werden in so einem normalen Spiel drei Sätze und dreimal müssen die ja elf Punkte kriegen oder bei vier Gewinner sogar vier mal und dann schaut man sich die 33 oder 44 Punkte an die erzielt worden sind aber gerne auch mehr wenn es in die Verlängerung geht und war dann wirklich über die Hälfte der Punkte mit einem defensiven Spiel gemacht worden oder gab es die Punkt Gewinne dann doch eher mit einem aggressiven Gegenball oder Gegen-Topspin oder direkten Topspin gegen Unterschnitt und so weil ja auf Top-100 Level da gibt es ja kaum Spieler die da einfache Fehler machen oder nein also auch mit dem Plastikball hat es ja auch nochmal alles schwieriger gemacht für rein klassische Abwehrspieler das hatten wir auch schon mal dann ja auch ich weiß nicht wie lange es her ist dass man nicht mehr gleichfarbige Beläge spielen darf das hat es ja auch nochmal schwieriger gemacht für Abwehrspieler ja ich hätte 80er Jahre getippt aber nur ins Blau rein oder 70er sogar aber ich glaube nicht dass das in den 90ern noch ging nee ich glaube das war vor unserer Geburt ja gut okay Markus das war so ein bisschen Profibereich dann wollten wir eigentlich am Anfang der Folge machen aber besser spät als nie wollten wir uns noch entschuldigen für die technischen Probleme in der letzten Folge da gab es ja leider einen leisen Pieps im Hintergrund das ist leider bei der Aufnahme nicht aufgefallen das sollte es jetzt nicht mehr geben also sorry dafür achten wir auf jeden Fall in Zukunft drauf ja Fabio und dann haben wir noch was frohes zu verkünden wir haben uns morgens mal in der Zeitung wieder gefunden oh ja und das an einem Samstag da gab es wirklich ein paar nette Rückmeldungen zu haben wir uns auch sehr gefreut das Interview liegt ja schon was länger zurück genau also vielen Dank an die OVZ und an den ja können wir den Namen nennen der mit uns das Interview geführt hat ich glaube der steht in der Zeitung steht eh drin also vielen vielen Dank an Markus Steinbrenner für das kompetente Interview und dann gut zusammengeschrieben ja also war ganz erfrischend einfach dass wir jetzt obwohl wir so neu im Podcast geben sind dann dann jetzt schon einen Zeitungsartikel dazu haben witzigerweise auch zusammen dann mit dem mit der Vorschau auf das tdbl spiel von düsseldorf wo wir dann kommentiert haben und dann hat bergneust dann auch gewonnen also es war schon ein perfektes wochenende ne ja also aus der Sicht können wir sehr 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 zufrieden sein und ich persönlich fand es auch spannend noch mal so allgemein über den Podcast nachzudenken was sind eigentlich unsere Ziele wie wollen wir uns noch entwickeln was haben wir noch vor inhaltlich oder vielleicht auch gästetechnisch wen wollen wir noch holen und waren nochmal spannende Fragen mit denen wir uns beschäftigt haben und passenderweise dazu haben wir gesagt okay wir sind zwar grundsätzlich so ein allgemeiner Tischtennis Podcast aber natürlich im Speziellen geht es auch immer wieder um unseren Tischtennis Verein TCC Schwalbebeck Neustadt freundlicherweise wurden wir auch schon auf der Webseite verlinkt vom TCC Schwalbeck Neustadt da sind wir ja dann so auch als Vereinspodcast ein bisschen promotet worden was uns sehr sehr freut und wir haben es in den Folgen immer mal wieder so ein bisschen anklingen lassen ein paar kleine Anekdoten über den Verein und wir haben jetzt im Zeitungsartikel auch gesagt wir möchten uns selbstverständlich auch mit der Vereinschronik mal beschäftigen 75 Jahre gibt es den Verein und wir wissen dass in unserer TT Twinnie Community auch einige aus dem Verein dabei sind die das interessieren würde wird hoffentlich der nächste Podcast oder der übernächste werden das wird sich noch zeigen zumindest wir beide sind jetzt mal durch beim lesen mega ich wollte nur sagen wir beide konnten nochmal neue Sachen lernen also gerade so über die 90er Jahre habe ich da wirklich einiges spannendes noch erfahren ja ich auch also vieles kannte ich so grob vom hören aber einiges war dann tatsächlich sogar neu also bei mir waren es nicht die 80er Jahre sondern eher die 50er 60er Jahre es gibt die Vereine schon seit 1946 und so die ersten 10 20 Jahre waren komplett neu für mich ja und ich finde es mega spannend aber wie gesagt wir machen da nochmal eine eigene Folge zu gegebenenfalls auch mit Gast das schauen wir noch ja können aber auf jeden Fall wärmstens allen Tischtennisfans die Chronik vom TEC Schalbeck Neustadt schon mal empfehlen das ist wirklich eine schöne Erfolgsgeschichte absolut und ja vielleicht gehen wir auch mal in der Folge darauf ein dass wir auch zwei sehr gute Kooperationen mit Schulen haben wo wir Tischtennis AGs anbieten da wird es wahrscheinlich auch im Laufe nächster Woche mal einen kleinen Bericht drüber geben ja ist ja immer sinnvoll das aber nur so als kleinen Teaser noch so und wollten die Folge nicht zu lang machen würde sagen ein kurzer Punkt noch von meinem YouTube Kanal da da gab es eine Frage zu die wir gesagt haben die kann man gut im Podcast besprechen und zwar kam die Frage wie man als Verein einen modernen Abwehrspieler hervorbringt und welche Übungen dann gut für den Einstieg sind ja Fabi wenn ich darf würde ich da mal ein bisschen was zu sagen ich bitte drum ich hatte genug Redeanteil in dieser Folge genau und zwar ist es natürlich wie so oft im Leben ja nicht so dass man sich das einfach wünschen kann und sich dann einen aussucht und sagt komm du wärst jetzt mal moderne Abwehrspieler sondern da muss man auch ein bisschen Glück haben und einfach gucken so wie sind die Spieler so eingestellt meistens fängt man ja auch sehr früh an einen Abwehrspieler auszubilden also im Idealfall fangen dann schon eure Jugendlichen im Verein mit 6, 7 spätestens 8 Jahren an und dann schaut man einfach ich würde immer erst eine Grundausbildung machen die Angriffstechniken beibringen und wenn es dann jemanden gibt der wirklich oft hinten am Tisch steht gerne Ballonabwehr spielt vielleicht auch schon Unterschnitt kann in dem Alter ist das ja alles noch nicht vergleichbar mit dem Profibereich aber man kann da schon eine Tendenz relativ schnell erkennen also ich würde sagen nach einem halben Jahr schon spätestens nach einem Jahr und dann einfach mal das Gespräch suchen sagen okay könnte sich auch vorstellen mal abzuwehren und dann natürlich einfach mal ausprobieren schauen ob es dem Spieler Spaß macht weil ohne Spaß macht es keinen Sinn dann hört er sowieso schnell auf ja und dann ist es relativ einleuchtend dass man erstmal die wichtige Entscheidung trifft okay eine lange oder kurze Noppe mit Schwamm ohne Schwamm ja ich würde als normaler Abwehrspieler eher mit einer langen Noppe mit Schwamm starten vielleicht 1,0 Millimeter oder 0,5 aber das ist nur meine Meinung da könnt ihr einfach mal gucken was was zu eurem Schüler passt ja und dann einfach ganz einfache Abwehrübungen indem er einfach hinterm Tisch steht so oft abwehrt wie möglich und dann schauen ob es ihm Spaß macht ob er darin gut ist und wer noch mehr Inspiration braucht den kann ich da eine Playlist zu empfehlen Fabi weil ich so und dann haben wir noch hinten raus ordentlich ein bisschen Content produziert ne ja Markus also wenn ich auch noch was ergänzen darf zu der Frage nein doch klar na gut du empfehlst die YouTube Videos ich empfehle eine Podcast Folge auch eine meiner Lieblingsfolgen mit unserem Gast Baller Shooter da seid ihr beide nämlich auch noch mal drauf eingegangen wie ihr beiden ist überhaupt zum Abwehrspiel gebracht habt also sehr gut wie das Abwehrspiel euch gefunden hat kann man vielleicht sogar sagen aber ja da will ich jetzt nicht viel zu sagen kann man in der Folge nachhören fand ich auch ganz spannend und genau zusätzlich das was du gesagt hast und die YouTube Videos also wenn man Zeit hat dann kriegt man schon ja ein bisschen Content zu dem Thema geliefert absolut und für die Titid finde ich die Folge nicht gehört haben das ist die mit Überraschungsgast Teil 1 korrekt si 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 klaro ja kleine Serienempfehlung Narcos wenn man Spanisch mag ja die schon und Kriminalität ab 16 ist die ne oder ab 18 mindestens ja die hat schon die hat schon teilweise in sich die ist schon krass ja ich glaube Drogenkartelle sind jetzt auch manchmal etwas drüber wenn es darum geht zu bestrafen oder für Abschreckung zu sorgen deswegen könnte ich mir vorstellen dass die Reihe auch ab 18 ist ja kann ich mir auch aber ich gucke sie natürlich nur um Spanisch zu lernen selbstverständlich ja gut Markus wir sind noch unter einer Stunde letzte Worte oder darf ich zumachen ne ich würde sagen ich bedanke mich schon mal bei allen fürs Zuhören hoffe die die Folge war jetzt technisch ohne ohne irgendwelche Störgeräusche und du kannst gerne zumachen gut dann bleibt alle gesund habt einen schönen Samstag denkt dran falls ihr wirklich jetzt am Samstag gehört morgen einschalten also Sonntag der 23. Januar da sollte es heiß hergehen mit Halbfinalspielen von den China Stars was ja gleichzeitig auch die Weltstars sind also unbedingt verfolgen werden wir sicherlich in zwei Wochen drüber reden ich sag jetzt einfach mal ja komm mal Long macht's am Ende schauen wir mal und ja ansonsten bis zum nächsten Mal ciao und ja warte ich sag dann noch Fan Sin Dong macht und es kann sogar sein dass es wegen Zeitverschiebung auch irgendwie Samstagnacht oder so ist das Finale das weiß ich nicht genau möglich wäre das schauen wir mal genau also einfach mal Samstag reinschauen ja bleibt gesund und bis zum nächsten Mal ciao und ciao ciao bis zum nächsten Mal